Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf ein Wort aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Mein Name ist Nils Hänsel und ich begrüße Sie auch im Namen meines Kollegen Detlef Rüsing. Zunächst möchten wir uns bei Ihnen bedanken für die Abos und das Feedback, das wir in den letzten Wochen bekommen haben, zu dem Sie sich entschieden haben. Ja, Sie können uns jederzeit unterstützen mit weiteren Abos des Forschungs-Newsletters, aber auch anderer Newsletter, die wir herausgeben. Und Sie können uns gerne auch auf Fördermöglichkeiten hinweisen. Wie wir ja schon öfter erwähnt haben, läuft die derzeitige Förderung durch das DNQP leider aus. Und zwar kontaktieren Sie da am besten meinen Kollegen den Detlef Rüsing unter der d.rüsing.hs-osnabrück.de. Bevor wir auf die Beiträge eingehen, die Sie von uns in den nächsten Wochen auf www.dzla.de erwarten können, möchte ich Sie noch einmal auf die Dialogakademie und die ja jetzt zu erwartenden Online-Seminare hinweisen. Und zwar wären das am 29.08. Du sollst nicht lügen, Umgang mit Halluzinationen und Wahn bei Demenz. Dann am 23.09. Einführung in die personenzentrierte Pflege bei Demenz nach Tom Kittwood. Am 24.10. ein Online-Seminar zu Sexualität und Demenz. Das ist ein Zusatztermin. Wir hatten ja schon bereits ein Seminar hierzu angeboten. Und am 7.11. ein Seminar zu Angst und Demenz. Ebenfalls ein Zusatztermin, den der Kollege Detlef Rüsing hierzu anbietet. Ja, bevor wir uns ansehen, was Sie von uns in den nächsten Wochen erwarten können an weiteren Beiträgen, schauen wir noch einmal zurück auf den Mai. Da waren wir gestartet mit einer Fallbeschreibung. Anschließend hatten wir einen Beitrag veröffentlicht in der Kategorie Im Gespräch. Ein Gespräch zwischen Christian Müller-Hergel und mir. Das können Sie sich sehr gerne auch noch mal ansehen. Alle Beiträge dazu finden Sie oben in dem i oder unter diesem Beitrag in der Beschreibung in den Shownotes verlinkt. Als letztes war eine Folge des Podcastes Wissenstransfer geplant. In dem Podcast fasst mein Kollege Detlef Rüsing alle veröffentlichen Beiträge von uns zusammen. Eine weitere Folge wird es geben am Ende des nächsten Monats. Ja, da kommen wir auch schon direkt auf den Juni. Und zwar werde ich einen Beitrag zu Entspannungstechniken und im autogenen Training veröffentlichen. Dann wird es ein Interview geben, eine weitere Folge zu Im Gespräch und einen Beitrag von Detlef Rüsing, wahrscheinlich einen Lichtblick. Und wie erwähnt, am Ende des Monats wird es wieder eine Folge des Podcastes Wissenstransfer geben. Zuletzt möchten wir bekannt geben, dass es eine Sommerpause geben wird von Mitte Juli bis Ende August. Danach werden wir uns wieder bei Ihnen zurückmelden. Ja, und die ersten Seminare werden ja auch Ende August starten in der Dialogakademie. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute Ihnen ja für den kommenden Monat und die kommenden Wochen und einen guten Start in den Sommer. Auf einem Wort.